Ich glaube, da kann sich jeder selber ein Bild machen. Das ist ja in einer medialen Breite alles ausgerollt worden, dass man sich dem gar nicht entziehen konnte, dieses ganze Verfahren. Und da kann sich, glaube ich, jeder selbst ein Bild machen über den Prozess und über das Urteil und über den Umgang des Betroffenen damit und über die Reaktionen der ÖVP. Da braucht es jetzt nicht meinen Ratschlag dazu. Als Staatsbürger sage ich Ihnen eines. Das ist mir auch wichtig, das zu sagen. Da hat mich etwas irritiert. Weil wir haben hier bei Sebastian Kurz den Vorwurf der falschen Zeugenaussage im Rahmen einer Sitzung des Untersuchungsausschusses. Und dann gibt es da ein unglaublich langes Ermittlungsverfahren. Und dann gibt es dort einen Prozessmarathon, muss man schon sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage das gewesen sind. Bis hin zu Zuschaltungen von irgendwelchen Zeugen aus Russland. Das auch noch. Und so weiter. Und da wird also ein unglaublicher Aufwand betrieben. Und am Ende kommen dann acht Monate bedingte Haft heraus. Und das ist gar nicht so lange her, da haben wir einen anderen Prozess gehabt. Da geht es um den Fall Teichtmeister. Und da ist jemand vor Gericht gestanden, dem man vorgeworfen hat, zigtausende kinderpornografische Darstellungen als Fotos oder Videos auf seinen Kommunikationsgeräten zu haben. Und dann schauen Sie sich einmal an, wie dieser Prozess dort ausgesehen hat. Da war nichts von vielen, vielen Verhandlungstagen und von einem breiten Zeugen auf Marsch, sondern das hat man im Schnellverfahren abgewickelt. Das ist, glaube ich, in einem Tag erledigt gewesen, ohne dass dort irgendwo ein großer medialer Fokus und eine breite Berichterstattung über das da drinnen stattgefunden hätte. Und ich denke, da haben wir es mit dem Mord an Kindersälen zu tun, bei diesem Fall. Und ich sage das noch einmal, das kann mir niemand erzählen, dass das jemand auf seinen Kommunikationsgeräten hatte und nicht kommuniziert hat, weil Kommunikationsgeräte hat man dazu, um zu kommunizieren. Aber da war sehr, sehr schnell Schwamm drüber, Deckel drauf und die Sache war erledigt. Und das ist das, was ich als Staatsbürger dazu zu sagen habe. Und da mache ich mir auch ein Bild, nämlich über die Verhältnismäßigkeit. Und ich frage mich schon, weil der hat dann am Ende zwei Jahre, glaube ich, bedingte Haft bekommen, auch keinen einzigen Tag, den er hinter Gitter verbringen muss. Und da stört sich für mich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Stimmen da die Relationen, stimmen da die Proportionen noch? Und da soll sich auch jeder sein Urteil machen.